Und damit ist es tatsächlich passiert. Dortmund dreht den Spieß um. Wir holen einen Spieler vom FC Bayern München. Wir holen... In den letzten drei Tagen habt ihr immer wieder gefragt, wo sie bleibt. Und nun sind wir endlich wieder am Start bei einer weiteren Folge der Dortmund-Karriere. Wir fackeln heute mal wieder nicht lange rum. Wir starten direkt rein in die heutige Folge. Unter anderem heute natürlich das Ende der Transferphase. Wir werden schauen, welche zwei Spieler wir per Vorvertrag holen. Wenn ihr euch mit einer eindeutigen Mehrheit, das werdet ihr jetzt auch nochmal eingeblendet sehen, dafür entschieden, dass wir für die nächste Saison auf alle Fälle zwei Spieler per Vorvertrag holen sollen. Ansonsten natürlich auch noch in der heutigen Folge Spiele, die wir selber zocken werden. Unter anderem Champions League-Achtelfinale gegen die Roma. Und ich glaube, so ein Heimspiel gegen den HSV, so eine kleine Klatsche für die Hamburger, wäre, denke ich mal, auch nicht so verkehrt. Bevor wir zu den Vorverträgen kommen, haut sehr gerne einen Daumen nach oben rein auf die heutige Folge. Würde mich wirklich mega freuen, wenn wir vielleicht die 3.500 Likes von der letzten Folge packen würden. Der Support auf die Dortmund-Karriere ist einfach nur extrem nice. Deswegen würde es mich umso mehr freuen, wenn wir vielleicht die Likes von der letzten Folge packen würden. Ansonsten, wenn ihr neu auf den Kanal seid, könnt ihr natürlich sehr gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, um in der Zukunft nichts weiteres zu verpassen. Und dann würde ich sagen, starten wir rein ins Thema Transfers. In der letzten Folge hatte ich euch ja gefragt, wie es denn mit den Vorverträgen aussieht. Sollen wir da vielleicht davon profitieren, dass einer unserer größten Konkurrenten, der größte Rivale von Dortmund, Schalke, den Vertrag von Goretzka nicht verlängert. Und wir den eben im nächsten Monat einfach ablösefrei holen könnten. Ob wir davon eben profitieren sollen oder nicht. Und ihr, ja die Kommentare auf alle Fälle, haben eine sehr, sehr klare Sprache gesprochen. Denn ihr wollt auf alle Fälle keinen Schalke-Spieler hier bei Borussia Dortmund in der Karriere sehen. Da meinten auch einige Leute in den Kommentaren, ich soll Messi, Ronaldo und sonst wie nur, ich soll die Karriere so unrealistisch gestalten, wie ich möchte. Aber bitte keinen Schalke-Spieler. Und genau das werde ich eben machen, beziehungsweise dem werde ich befolgen. Damit bleiben eigentlich nur noch zwei Optionen übrig mit Dubois und Lopez. Davor war ja noch Herrera da, aber mit dem Gehalt dazu noch 28 Jahre alt und kein Potenzial mehr. Denke ich mal wäre das jetzt nicht gerade die intelligenteste Verpflichtung. Ich denke mal Dubois, 78er Rating, kann Rechts- und Linksverteidiger spielen. Dazu eben auch noch Lopez als Backup-Keeper sind glaube ich die besten Vorverträge, die wir derzeit tätigen können. Okay, normalerweise dachte ich eigentlich immer, dass wir jetzt in die Vertragsverhandlungen reingehen und eigentlich immer da irgendwie so eine gewisse Summe angezeigt bekommen, vor allem bei Vorverträgen. Aber scheinbar ist das Ganze dann wohl doch nicht möglich. Liegt wohl daran, dass unser Budget bei sage und schreibe 10 Euro liegt. Ja, das Angebot für den Döner übrigens am Bay steht immer noch. Ja, dann müssen wir wohl schauen, dass wir vielleicht irgendwie einen Spielerverkauf bekommen. Erik Dürren wäre ja eine Möglichkeit oder vielleicht Mario Götze. Da macht Manchester United ein Angebot. Und ist sogar tatsächlich bereit, die von mir geforderten 78 Millionen Euro für Götze zu bezahlen. Und damit verkaufen wir also auch einen der ersten Spieler, den ich quasi eigentlich nicht verkaufen möchte, wo ich halt eigentlich eher sagen würde, ich würde die lieber behalten. Aber für 78 Millionen Euro über das Doppelte vom Marktwert, der hat einen Marktwert von 38,5 Millionen. Und dazu jetzt nicht das heftigste Potenzial. Ich glaube, das ist doch ein ganz guter Deal für uns, wenn mich nicht alles täuscht. Ach ja, stimmt. Und Erik Dürren hatten wir auch noch in der letzten Folge verkauft. Das heißt, mit den Vorverträgen wird das auf alle Fälle klappen. Aber Götze, ja, das tut mir dann schon irgendwie ein bisschen weh. Also war schon eigentlich einer der wichtigeren Spieler bei uns. 78 Millionen ist halt eine ziemlich krasse Summe. Dazu, ich weiß nicht. Also ihr könnt ja mal sehr gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare schreiben. Es ist halt eigentlich nur ein Karrieremodus. Ich habe auch unter anderem in der Bayern-Karriere Müller an Manchester City verkauft. Also ich glaube, das ist ein bisschen krasser als ein zurückkehrender Mario Götze, den wir jetzt hier an Manchester United für immerhin 78 Millionen verkaufen. Also ich glaube, wenn Dortmund 78 Millionen in echt bekommen würde, dann wären die bestimmt glücklich darüber. Erste Simulation der heutigen Folge. Vielleicht das letzte Spiel für Mario Götze in Schwarz-Gelb. Diesmal geht es nicht innerhalb der Liga zu einem direkten Konkurrenten, sondern nach England zu Manchester United. Gegen Freiburg gibt es einen 3-0-Sieg mit zwei Toren von Bale. Und Mario Götze ist tatsächlich verkauft an Jose Mourinho, die Red Devils. Manchester United, 78 Millionen. Das heißt, wir haben jetzt auf unserem Transferbudget nicht mehr 10 Euro, sondern saftige 76 Millionen Euro. Erster Training ist eine der heutigen Folge. Das erste Upgrade für eines unserer Talente mit Zagadu, der auf 71 steigt. Und jetzt gilt es, einen Nachfolger für Mario Götze zu finden. Ihr kennt mich, Leute. Ich habe meinen eigenen Karrieremodus-Stil. Und deswegen werden wir jetzt auch etwas tun, was Dortmund nie in echt tun würde. Genauso wie wir Bale geholt haben. Vor allen Dingen, der Spieler stagniert schon relativ lange bei seinem Verein. Und außerdem sind wir jetzt gerade an der Spitze in Deutschland. Deswegen müssen wir auf alle Fälle mal solche Transfers tätigen. Der Nachfolger von Mario Götze könnte vielleicht einer vom FC Bayern werden mit David Alaba. Für die Leute, die es nicht wissen, Alaba kann als Achter spielen. Ist sogar ein verdammt krasser Achter. Also der hat auf alle Fälle Attribute, die passen vielleicht auch eher zu einem Achter beziehungsweise zu einem zentralen Mittelfeldspieler. Der ist wirklich ziemlich offensiv stark. Der hat einen krassen Distanzschuss und so weiter. Und vielleicht mal einen Spieler vom FC Bayern holen, quasi den Spieß umdrehen. Weil einen Spieler wie Alaba, den könnte Dortmund auf alle Fälle vertragen. Vielleicht werden einige Leute mir jetzt nicht zustimmen. Aber ich meine, wir haben unter anderem schon Bale geholt. Also was soll an David Alaba bitte verkehrt sein? 60 Millionen als erstes Angebot. Bayern muss erstmal überlegen, was eigentlich so viel heißt, wie sie werden das Angebot sowieso ablehnen. Wow, welch Wunder. Aber die geforderten 66,6 Millionen, sie gerade mal eben 6,6 Millionen mehr als ich geboten hatte. Und das passt uns auf alle Fälle noch sehr, sehr gut ins Budget. Und das werden wir auf alle Fälle annehmen. Jetzt muss der Mr. Assistenz Trainer noch einen ordentlichen Vertrag für Alaba verhandeln. Und damit ist es tatsächlich passiert. Dortmund dreht den Spieß um. Wir holen einen Spieler vom FC Bayern München. Wir holen David Alaba. Die Leute können mich gerne haten. Die Leute können mir gerne sagen, wie unrealistisch das ist. Aber wie gesagt, das ist meine Karriere. Und ich persönlich mag es halt eben, wenn wir auch mal ein paar verrückte Dinge ausprobieren. Nicht nur irgendwelche Talente holen, sondern halt auch einfach mal Spieler holen, die uns sofort weiterhelfen. Und ich glaube mal, einer vom Kaliber wie Alaba ist auf alle Fälle genauso einer. Ich denke mal, die Leute feiern mich doch einfach, weil ich nicht der typische Karrieremodus-YouTuber bin, der jetzt irgendwie auf so FIFA geht. Da nach Spielern guckt, die das beste Potenzial haben und da einfach die Spieler jetzt hier zu Dortmund holt. Sondern weil ich auch einfach mal ein bisschen was Verrückteres ausprobiere. Bail zu Dortmund, jetzt Alaba, Kramaric und so weiter. Also ziemlich coole Transfers, wie ich finde bisher. Und vor allen Dingen jetzt auch einfach mal als Klischee diesen wunderbaren Spieß umgedreht. Jetzt holt also nicht nur Bayern München die Dortmund-Leistungsträger, sondern Dortmund holt einen verdammt krassen Bayern-Leistungsträger. Nebenbei nehmen wir auch noch zwei Spieler unter Vorfeldtrage. Paul Lopez und Leo Dubois wechseln in der nächsten Saison zu Borussia Dortmund. Ja, und soviel dann auf alle Fälle zur Transferphase. Also ich bin echt verdammt gespannt, wenn das Video hier online kommt, wie das Feedback zur Verpflichtung von Alaba sein wird. Einige Leute haben sich ja schon bei Bail aufgeregt. Jetzt aber noch ein Spieler von Bayern. Ihr findet oben rechts in der Infokarte einfach mal eine Abstimmung verlinkt, was ihr eben vom Transfer haltet. Würde mich auf alle Fälle interessieren. Beim Bail-Transfer war es doch noch sehr, sehr positiv. Vielleicht finden es auch sehr viele Leute positiv, weil es jetzt einfach mal das Klischee genau umdreht. Nein, Guerrero möchte ich eigentlich ungern verkaufen, vor allen Dingen nicht für 30 Millionen. Deswegen stimmt da wie gesagt ab, oben rechts einfach auf das i klicken und eure Stimme abgeben, für was ihr eben eher seid, beziehungsweise wie ihr den Transfer eben findet. Da bin ich echt verdammt gespannt. Nächste Simulation in der Bundesliga, es geht ran im Freitagsspiel auswärts gegen Köln. Und das könnte doch eine relativ anstrengende Partie werden. Auswärtssimulationen sind nicht immer so ganz nett. Risse mit dem 1 zu 0. Am Ende gewinnen wir sogar noch mit 2 zu 1. Ja, nicht schlecht. Toprag und Bail mit den Treffern. Bail ist echt in der Rückrunde vor allen Dingen richtig mies on fire. Natürlich ist mal wieder Training angesagt und die Noten sehen auf alle Fälle ziemlich gut aus. Ja, Bayern kommt langsam aber sicher ran in der Bundesliga-Tabelle. In der letzten Folge waren sie noch 15. Jetzt sind sie schon Dritter und ja, es geht immer weiter schnell nach oben. Die Formation für das Spiel steht ebenfalls. Bail momentan einfach würde ich sagen, der Stürmer hier beim BVB, der am besten in Form ist. Und ich denke mal, dafür hat er sich auf alle Fälle verdient, hier auch von Anfang an zu spielen. In den nächsten Partien noch auf alle Fälle wieder mit Bacuay und Kramaric. Und damit würde ich sagen, starten wir rein ins erste Spiel der heutigen Folge, was wir selber angehen werden. Es geht ran gegen den HSV. Gibt hoffentlich eine schöne Klatsche für die Hamburger und damit würde ich sagen, starten wir rein und los geht's. Ich habe tatsächlich auch noch Zakatou von der letzten Folge drin gelassen, aber ich denke mal, das sollte nicht so schlimm sein. Vor allen Dingen in der letzten Folge hat er mir mega gut gefallen und ich denke mal, das wird er heute nicht anders machen. Wir starten rein ins Spiel und los geht's. Starker Ball in die Spitze, da ist Bail, starker linker Fuß und der Ball kommt. Ah, fast in die Mitte sogar, aber das war schon mal die erste gefährliche Aktion. Boah, Pulisic holt sich den Ball, zieht einfach mal drauf und trifft die Latte. Och Mann, Reus auf Alaba. Der hat einen starken linken, der setzt sich durch, da wird Alaba. Schade. Bringt sich den Ball zurück. Pulisic. Och, das gibt's nicht. So, nächste Aktion. Guerreiro flankt ihn rein. Der kommt wieder gefährlich und da ist es 1 zu 0. Ist das Stefan De Vrij? Es ist Stefan De Vrij, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Was ist denn das? Ist das De Vrij? Müsste er eigentlich sein. Mit der Nummer 3, Stefan De Vrij, das war ein Reim. In der 20. Minute mit dem 1 zu 0 endlich die Erlösung, nachdem wir so viele Schüsse aufs Tor von Hamburg abgefeuert haben. Jetzt also endlich das 1 zu 0 nach der Ecke. Flanke von Guerreiro und De Vrij trifft per Kopf zum 1 zu 0. Sehr, sehr stark. Schickt Partey auf die Reise. Der Mann kann nicht nur Partey machen, der kann auch krasse Flanken schlagen. Pulisic noch mal in die Mitte. Partey köpft ihn rein. Und das ist krasse gespielt, Junge. Das ist krasse gespielt. Klasse oder krass? Wir machen einfach krasse draus. 2 zu 0. Bale mit dem Tor. Mit dem Herz. 58. Minute. Und da ist die 2 zu 0-Führung. Mann, ist das gut. Erstmal Partey. Dann wieder Pulisic. Dann nochmal Partey. Und Gareth Bale dann mit dem Abschluss. Und mit dem 2 zu 0. Wichtiges Ding. Hamburg war langsam aber sicher am Drücken. Aber jetzt eben die Erleichterung. Das 2 zu 0. Und Bale mal wieder mit dem Tor. Also der eskaliert langsam aber sicher auf alle Fälle. Komm schon jetzt. Alaba im perfekten Moment auf Reus gespielt. Das ist richtig stark. Wieder in die Mitte gespielt. Oder da ist... Ja. 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 3 zu 0. David Alaba also auch mit seinem ersten Tor für den FC Bayern. Da war er ein bisschen durcheinander. Da verbeugt er sich. Der ist da. Der ist angekommen. David Alaba mit seinem ersten Tor. Für den BVB. Für Borussia Dortmund. Ja. Da war auf alle Fälle ein bisschen durcheinander. Erstmal eben Pulisic ist das glaube ich mit dem Schuss. Und ich glaube der hat sich langsam aber sicher auch in die Startelf gespielt. Der fällt mir mega gut. Alaba mit seinem ersten Tor. Drittes Tor in der Bundesliga. Und das erste eben. Für Spaß gelb. War gemacht. Damit endet also die Partie gegen den HSV. Wie erwartet mit einer Klatsche für die Rothosen. 3 zu 0 Sieg. Die nächsten drei Punkte. Sehr sehr starkes Spiel von Alaba. Unter anderem auch Bail Pulisic. Reus heute leider nicht so stark. Aber vielleicht sparte sich das auf. Fürs Champions League Spiel gegen die Roma. Vorher aber noch einige Simulationen. Und die gibt es jetzt. So. Nächstes Spiel. B-Besetzung geht an den Start. Diesmal ein bisschen veränderte B-Besetzung. Kramaric auf dem rechten Flügel. Im Borussia Duell geht es dran. Ich weiß nicht ob wir das mit dieser Mannschaft gewinnen werden. Kann ich mir um ehrlich zu sein. Im besten Willen nicht vorstellen. Aber ja. Man soll die Jungen nicht unterschätzen. Auch Gomez endlich mal mit seinem ersten Einsatz. Das haben auch sehr sehr viele Leute von euch gefordert. Bisher sieht es ja gar nicht mal so verkehrt aus. Sancho sogar mit dem 1-0. Und am Ende gewinnen wir sogar 2-0. Was Sancho einen Doppelpack macht. Nicht schlecht. Also die Form von uns hier in dieser Dortmund-Karriere ist echt der absolute Wahnsinn. Das kann man keinem erzählen. Mit so einer Mannschaft auswärts. Vor allen Dingen auch noch in der Simulation zu gewinnen. Das ist schon eine ziemlich krasse Leistung. Einmal spannende Musik bitte. Und jetzt wird es auf alle Fälle verdammt ernst. Champions League 8. Finale gegen die Roma. Wir können sehen wer alles weitergekommen ist. Das sind jetzt wirklich nur noch die Hochkaliber. Auf die wir treffen werden. Und die Roma ist auf alle Fälle ein Gegner. Den man alles andere als unterschätzen sollte. Die haben wirklich ziemlich gute Spieler dabei. Wir spielen als erstes auswärts. Das ist die Mannschaft die ich an den Start schicken werde. Batshuayi, Bade und Sancho vorne nach dem Doppelpack. Hatte sich auf alle Fälle den Stadionplatz verdient. Dann eben Reus, Alaba, Partey, Viererkette, Guerreiro, Toprak, De Vrij, Pereira und Hornentor. Viel gibt es glaube ich gar nicht mehr zu erzählen. Wir starten rein in das Ganze im Stadion und im Winko und los geht's. Sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu schaffen. Das ist heute das schwarz-gelbe Ziel in Rom. Geht es ran gegen den Ars Rom. Und ich denke mal, das wird ein ziemlich hartes Spiel werden. Bisher haben wir mit diesen neuen Computer-CPU-Einstellungen noch nicht gegen einen richtig guten Gegner angetreten. Sind auch nicht gegen einen richtig guten Gegner angetreten. Aber das wird sich aus dem heutigen Spiel ändern in Rom. Die haben auf alle Fälle einige Topspieler. Die haben unter anderem Barcelona in der Champions League rausgeworfen. Und ich denke mal, mit Spielern wie Dzeko, Manolas, Naingolan und so weiter, Arjen Robben auch einfach bei Rom. Also muss man sagen, denke ich mal, wird das hier eine ziemlich interessante Partie werden. Wir haben unter anderem in der Champions League schon ganz andere Kaliber rausgehauen. Und deswegen, wir haben in der Champions League schon ganz andere Kaliber besiegt wie Barcelona oder Liverpool. Dennoch sollte man die auf alle Fälle nicht unterschätzen. Unter anderem neben Robben auch noch Jiménez und Wendel neu dazugeholt. Also sehr, sehr interessante Transfers bei der Roma. Und damit würde ich sagen, starten wir rein ins Spiel. Los geht's. Wir sehen uns in der ersten Szene wieder. Reus, Batshuayi. Bisher nicht oft in Szene gewesen. Starker Ball auf Reus. Das ist schön gespielt. Das ist wunderbar gespielt. Und es ist das 1 zu 0. 20. Minute und Dortmund geht in Führung. Marco Reus ist der Torschütze. Wer aber auch sonst. Batshuayi hält den Ball hier einfach nur verdammt stark. Und dann sieht er eben die Lücke für Reus. Und das wird ein bisschen eng mit dem Verteidiger. Aber Reus zieht eben direkt drauf. Und er hat eine Schusstechnik. Die hat sich auf alle Fälle gewaschen. Reus mit seinem nächsten Champions League Tor mittlerweile schon Champions League Tor Nummer 7. Und wenn sie gerade mal macht, der Finale. Das ist echt der absolute Wahnsinn. Also Reus kann auf alle Fälle Königsklasse. Reus kann nicht verletzt sein. Und Reus kann auf alle Fälle Tore schießen. Stark gemacht von Alaba. Richtig stark gemacht. Da wird Alaba oben auf Bäll gespielt. Flanke kommt in die Mitte. Da steht Batshuayi. Und da ist das 2 zu 0. 29. Minute. Roma liegt also 2 zu 0 hinten. Michi Batshuayi, der Torschütze. Erst die Vorlage zum 1 zu 0. Jetzt also auch das 2 zu 0 erzielt von Belgier. Einfach nur verdammt stark gemacht. Alaba setzt sich stark durch. Sieht den Platz für Bäll. Der flankt perfekt in die Mitte. Und Batshuayi ist da einfach früher als Manu Lass am Ball. Und erzielt das 2 zu 0 einfach nur verdammt stark innerhalb von 9 Minuten das nächste Tor. Reus. Marco Reus. Marco Reus, Junge. Haut er den da rein. Holy Shit. Geh mir weg. Junge, was ist bei dem falsch? Junge, was ist bei Marco Reus falsch? 53. Minute. Doppelpack und was für ein Tor? Das kann doch nicht sein Ernst sein. Junge, haut er den da rein. Rom wird hier zerlegt. Rom wird hier absolut zerlegt. Kannst du keinem erzählen. Kannst du absolut keinem erzählen, wie die hier gerade echt in allen Teilen zerlegt werden. In alle Einzelteile zurück. Das ist echt schon nicht schön auf alle Fälle so anzusehen. Also ich weiß auf alle Fälle, wer den Schwierigkeitsgrad doch nochmal ein bisschen schwieriger machen muss. 3 zu 0 Sieg auswärts bei der Roma. Damit sind wir eigentlich schon so gut wie weiter in der Champions League. Stehen eigentlich schon mit einem und mit einem anderen drei Viertel. Ja, im Viertelfinale der Champions League. Aber, also Leute, das geht gar nicht mit der Schwierigkeit. Das geht gar nicht. Wie kann man denn bitte 3 zu 0 gewinnen? Also, ein einziger Torschuss. Von Rom, die kommen ja auch teilweise, die spielen ja auch gut und so weiter. Und am Ende war es dann auch ein bisschen schwieriger, ja, Tore zu machen. Aber nach dem 3 zu 0. Also ich lasse das Ganze jetzt hier auch ungecuttet. Weil ich euch einfach zeigen möchte, dass es die Einstellungen sind, die ich jetzt eingestellt habe. Mit eben jeweils alles 4 nach hoch. Ich denke mal, wir müssen auf alle Fälle wieder mal alles um 2 nach unten, beziehungsweise 2 nach oben machen. Weil, das geht echt gar nicht. Also wirklich. 3 zu 0 auswärts bei Rom gewinnen. Das ist dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Also ihr merkt schon, mir macht es wirklich mega viel Spaß, mit Dortmund zu spielen. Und vor allen Dingen spiele ich auch wirklich gut mit Dortmund. Aber, dass wir jetzt wirklich so gut sind, 3 zu 0 hier und dann Barcelona irgendwie, weiß ich nicht. Das ist dann doch ein bisschen übertrieben. Deswegen neue Einstellungen ab der nächsten Folge. Und diese gibt es dann auf alle Fälle hoffentlich nicht in drei Tagen, sondern vielleicht in ein, zwei Tagen. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich wirklich mega freuen, wenn wir vielleicht die Likes der letzten Folge packen würden. Ansonsten seid ihr schon auf dem Kanal. Lasst sehr gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, um in der Zukunft nichts weiteres zu verpassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.